Hallo 4K-Freunde, wir sind hier auf der Samsung Roadshow. Ich zeige euch das absolute Einstiegsmodell von Samsung. Das ist die KU6079 Modellreihe, die es von 40 bis 70 Zoll gibt. Wirklich komplett basic, hat quasi 4K-Auflösung. Das ist auch das einzige Modell, welches keine richtige Smart-TV-Oberfläche hat, sondern quasi einen Ersatz kann man fast sagen.